Hi, ich bin Flo von Firedancer. Und ich bin der Flo von Drumcafé. Schön, dass Sie sich für dieses Video interessieren. Eine mögliche Botschaft Ihres Events könnte es sein, zu beweisen, dass in Ihrem Team eine Energie steckt, die Feuer entfachen kann. Und weil die Show Firedancer Meets Drumcafé keine Vorsetzungen für Ihre Teilnehmer braucht, haben wir zwei hier mal was vorbereitet. Genau. Ich bin eigentlich bei Firedancer zuständig für die Umsetzung und technische Durchführung von Feuerturnshows. Und ich bin eigentlich zuständig für die Kundenberatung und die Eventplanung. Und ich habe hier das Feuer. Und ich habe hier eine Trommel. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir Feuer und Trommeln zusammenbringen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das geht noch besser. Noch besser. Die Halle 11 wird gebührend eröffnet. Das werden wir jetzt ein bisschen inszenieren. Und dafür brauchen wir Energie noch hier im Raum. Hey, das war noch nicht fertig. Mal gucken, wie viel Energie ihr mir hier rübergeben könnt. Also, wo wir mal das hier. Hey! Hey! Okay. Ich gebe zu, das ist viel erwartet. Und viel. Deswegen, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Hilfe noch hier oben. Weil wenn ihr das ganze Feuer, was in euch steckt, für die neue Halle richtig rausholen wollt, dann ist jetzt der richtige Augenblick. Okay? Hey! 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 Hey, aber keine Angst, noch kein Team hat so viel Energie erzeugt, dass die Bude abgebrannt ist. Aber intensive Momente, durch Teilnehmer zerstörte Drumsticks und freudestrahlende Augen, das gab es immer wieder. Und wenn Sie jetzt Feuer gefangen haben, dann sprechen Sie uns gerne an. Wir zwei freuen uns auf Sie.